Herzlich willkommen liebe Sportfreunde zum neuen Vorspiel. Herzlich willkommen Martin. Hallo Norman, hallo. Wir reden nicht lange rum, wir gehen direkt zum Rückblick. Servus, sagt man in München. Hier befinde ich mich auch gerade. Wie ihr sehen könnt, ist das die Regatta Strecke von 1972. Ich werde hier meine letzten drei Rennen absolvieren. Aber nicht nur aus dem Grund bin ich hier, sondern auch um eine Trainingsgruppe, um Tina Dietze, Melanie Gebhardt und Peter Kretschmer zu beglückwünschen zu ihren sensationellen Erfolgen bei der Weltmeisterschaft. Eine Goldmedaille und drei Silbermedaillen einer Trainingsgruppe. Das ist Wahnsinn und sensationell. Ja, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Zelt und hoffe mal, dass ich die drei dort antreffen werde, damit ich ihnen sagen kann, dass ich stolz bin und es für mich eine Ehre war, mit denen zusammen zu trainieren und meine Zeit mit denen zu verbringen. Also, bleib geschmeidig und bis bald. Ciao. Vielen Dank, lieber Stefan Holz. Dieses Video erreichte uns kurz nach unserem letzten Vorspiel, denn er trainierte gerade in Brandenburg für seine neue Sportart und wollte natürlich seine ehemaligen Mannschaftskameraden beglückwünschen. Und wir beglückwünschen ihn, denn er hat bei den deutschen Meisterschaften in München den zweiten Platz im Dreierkanadio geholt. Nee, das war der dritte Platz im Zweierkanadio. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg jetzt schon, denn er wird bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea im klassischen Sprint antreten, also auf Skiern, nicht im Boot. Das macht im Winter auch mehr sinnig, dass er festfriert. Haha. Ja, dann in Leipzig gibt es ganz schnelle Polizisten, die können nämlich ganz schnell schwimmen zumindest. Und zwar ist es Juliane Reinhold und Tobias Horn von der SSG Leipzig. Die holten sechs Medaillen bei der Polizeieuropameisterschaft. Glückwunsch, vielleicht auch mal öfter durch den Parkjog. Sind wir beim Hockey und zwar bei der mitteldeutschen Hockey-Oberliga und da gab es den Leipziger Derby am Wochenende. Und einen klaren 6 zu 2 Sieg. Da hat der HC Lindenau-Grünau beim Leipziger SC 1901 gewonnen. Ja, und da hat auch fast ein Leipziger gewonnen gegen den VfC Blau, nämlich der FC Blau-Weiß-Leipzig. Es stand bis zur 90. Minute 1 zu 1. Richtiges Pokalspiel. Richtiger Falk. Oberligist gegen Landesligist. Aber der Oberligist hat sich natürlich durchgesetzt und mit 2 zu 1 dann in der Verlängerung bzw. Nachspielzeit nehmen wir aus Verlängerung gewonnen. Ja, es war ein sehr spannendes Spiel in unserer Mannschaft. Er hat unglücklich angefangen für uns mit dem frühen Gegentor. Da haben wir ein bisschen geschlafen noch am Anfang. Hat natürlich den ganzen Plan auf den Kopf gestellt, so lange wie möglich da die Null zu halten. Aber danach hat sich zu einem super Spiel entwickelt. Spielerisch, kämpferisch hat die Mannschaft ordentlich mitgehalten. Und Inter-Leipzig ist ja auch Oberligist und die haben sich 6 zu 0 durchgesetzt gegen einen Landesligisten, gegen die FV-Krokusblüte Drehbach. Warum heißen die so? Wenn der Schnee wegtaut, dann wären bei denen immer die Wiesen ganz lila, wie Krokusse. Aha, und die Falken am Bach. Weil wir beim 6 zu 0 sind, da haben die RB-Leipzig-Frauen auch eine Erfahrung mit. Ja, keine schöne Erfahrung. Die haben nämlich 6 zu 0 verloren, ihr Auftaktspiel in der dritten Liga gegen den zweimaligen Vizemeister und ehemaligen Zweitligisten Magdeburger FFC. Richtig auf die Mütze bekommen. 6 zu 0 verloren. Aber es war das erste Spiel. Saison ist lang. Ja. Fragt wie Leipzig hat übrigens auch auf die Mütze bekommen. 5 zu 35. Richtig deutlich. Richtig deutlich. Aber dafür hat es die zweite Mannschaft besser gemacht. Mit 7 zu 19 in der ersten Halbzeit haben sie noch ein 22 zu 19 geholt. Klasse. Und das sind die Regionalliga. Und wir haben jetzt mal Vater und Sohn, wobei der Sohn die entscheidenden Punkte gesetzte. Also Joshua Portier und der Vater Julian sehen wir jetzt. Schön, was ihr macht. Weiter so. Meine Zusammenfassung von unserem Spiel heute. Wir haben das schwer gemacht in der ersten Halbzeit. Aber dann, zweite Halbzeit, ganz spannend für unser Publikum. Und zum Schluss, jemand hat einen Versuch gelegt. Das ist mein Vater. Ich hatte heute mein erstes Regionalligaspiel, da ich im Juni erst 16 geworden bin. Und habe auch noch meinen ersten Versuch heute gelegt. In den letzten Minuten, den letzten Versuch, die letzten Punkte, die wir gebraucht haben. Vom Ei kommen wir jetzt mal zum kleinen Ball. Und da haben die HC Leipzig Frauen im DHB-Pokal gespielt. Dieses Jahr treten sie an der dritten Liga an und haben sogar gewonnen. Mit 29 zu 25. Eine ganz junge Truppe. Durchschnittsalter 16,9 Jahre. Dürfen dieses Jahr also noch nicht wählen. Aber haben auch andere Sorgen, glaube ich. Aber den hat sie Burgenland geschlagen. Prima. Die Piranhas aus Magranstedt, vom SC Magranstedt, haben übrigens auch die nächste Runde erreicht. 27 zu 18 gewonnen gegen die HSG Plesse-Hardenberg und sind damit eine Runde weiter, wie du schon sagst, im DHB-Pokal. Gibt's bestimmt bald ein Derby, weil die beiden dritte Liga spielen. Gucken wir mal zum Seitenblick. Es gab noch ein 6 zu 0. Und zwar war Timo Werner von RB Leipzig mitbeteiligt. Hat zwei Tore geschossen bei Deutschland gegen Norwegen. In Stuttgart wurde er gefeiert. Ausgepfiffen zuvor in Prag. Aber dieses Thema wollen wir gar nicht aufgreifen. Das nervt einfach nur noch. Auf jeden Fall. Dann haben wir 400 Zuschauer gehabt. Und zwar bei Lok Leipzig gegen die SGLVB. Das Benefizspiel für den abgebrannten Sozialtrag der SGLVB. Lok Leipzig hat da eingeladen. 400 Zuschauer sind gefolgt. Und wir waren auch da und haben mal mit Anwesenden gesprochen. Hallo. Wir von der LVB sind sehr stolz, dass es mit Lok geklappt hat. Und freuen uns über die Gastfreundlichkeit. Und sehr schön, wenn sowas halt zustande kommt. Danke an Lok Leipzig. Ja, es war ein cooler Fußballabend heute. Super Sache, dass Lok hier sich für die Mannschaft einsetzt aus Leipzig. Und haben ein paar schöne Tore gesehen. Der Gegner hat ein Tor gemacht. Also rund um eine gelungte Sache. Es sind ja sehr viele Leute da. Top Angelegenheit. Ja, für uns war das eine gute Sache. Ein gutes Trainingsspiel für LVB. Wir sind immer froh, dass wir denen helfen konnten. Es waren ein paar Zuschauer da. Hat Spaß gemacht. Es ist immer besser als Training, sage ich einfach mal. Und von daher war das eine runde Sache. Beim internationalen Fußballturnier von SV Lindenau und Gemeinschaftsproduktion mit FC International Leipzig. War viel los am Wochenende? Absolut. Nationen, Syre, Afghanen, Türkisen sind alle da gewesen. Und auch welche aus Leipzig. Ja, und es wurde zusammen Fußball gespielt. Aber bei diesem Erfolg bietet sich nächstes Jahr vielleicht Völkerball an. Gute Idee. Kommen wir gleich zum Ausblick. Am Sonntag gibt es wieder Bundesliga-Handball in Leipzig. Der SCDFK Leipzig spielt gegen die? SG Flensburg-Handewitt. Ja, unter der Woche hat man leider bei Lemko zwei Punkte liegen lassen. Beim 29 zu 33. Aber Flensburg ist ja immer für Punkte gut. Nicht dabei sein kann allerdings Lukas Binder, denn der hat es mit den Bändern. Ja, linkes Füßlein. Außen und Innenband. Aber er ist momentan in der Reha. Und wie wir sehen, ganz zufrieden. Und er hat auch versprochen, dass er in 14 Tagen wieder ins Training einsteigen wird. Heute Abend oder wenn Sie uns morgen sehen, gestern spielt RB Leipzig beim Hamburger SV. Das Spiel wird beim Eurosport Livestream gezeigt. Und den finden Sie überwiegend in den Kneipen Leipzigs. Und weil wir bei RB sind, die RB Frauen spielen auch am Wochenende. Ja, können es 6 zu 0 auf der letzten Woche vergessen machen, indem sie vielleicht 1, 2, 3 oder höher gewinnen. Oder vielleicht wenigstens einen Punkt holen. Auf jeden Fall spielen sie in Neubrandenburg. Und was der Trainer dazu sagt, hören wir hier. Also ich habe schon unter der Woche in den Trainingseinheiten gespürt, dass die Mannschaft heiß drauf ist, wieder Gutmachung zu betreiben. Sie hat hervorragend trainiert. Und ich gehe davon aus, dass wir am Sonntag gegen Neubrandenburg ein ganz anderes Gesicht zeigen werden. Es wird ein schweres Spiel gegen einen wiederum starken Gegner. Aber ich hoffe, dass wir mit drei Punkten zurück nach Leipzig kommen. Bleiben wir beim Fußball. Beim Regionalen. Ja, und gucken uns gleich mal die Grafik an. Da sind viele Spiele aufgeführt. Aber ich denke, wir sollten mal erwähnen, dass Leipzig am Samstag um 13.30 Uhr gegen FC Viktoria Berlin spielt. Und Sonntag 13.30 Uhr empfängt der VfB Auerbach die BSG Chemie. Möglichkeit für Chemie, vielleicht auswärts zu punkten. Hoffen wir es mal. Am Sonntag spielt ebenfalls der FC Allenburg in den VfC Plauen. Und am Samstag 15 Uhr ist das absolute Schwitzenspiel der Landesliga. Da empfängt der FC Grimma die BSG Stahlriesa. Ah, da ist immer viel los. Viele Zuschauer. Ich bin gespannt. Und am Sonntag, da trifft um 15 Uhr die SG Rotation Leipzig der Aufsteiger auf die SG Taucher 99 in der Landesklasse. Quasi sowas wie ein Derby. Kann man sagen. Der Rugby-Club Leipzig will natürlich seine Schlappe jetzt vom Wochenende wieder gut machen gegen die SC Germania List am 16.09. um 15 Uhr. Wir drücken die Daumen und kommen noch kurz zum Handball, denn die Pokalspiele sind terminiert und ausgelost. Die SC-DFK spielt zum Beispiel in Melsungen. Ja, die Männer und die Frauen vom Drittligisten SC Mark Granstedt müssen gegen den Titelverteidiger. Buxtehuder SV ran. Uh, wird hart. Der HCL muss zum Bundesligisten VfL Oldenburg. Da gibt's zwar noch ein paar Probleme mit der Halle. Woran liegt's? Das wäre jetzt zu kommentieren. Okay, also die müssen auf jeden Fall nach Oldenburg. Muss gehen. Muss gehen. In dem Sinne viel Erfolg. Und bleibt sportlich.